Ja, ihr habt gehört, Szenepreis 2010 ist ein Thema. Ja, ich bin nominiert für die beste Drag Queen Westdeutschlands. Ein Grüß! Welty Kiss! Richtig, danke. Ein Grüß! Und ja, ich würde mich total freuen, wenn ihr für mich stimmen würdet und mir eure Stimme geben. Es ist eine große Ehre, dass ich jetzt schon nominiert bin dafür, ich bin seit knapp einem Jahr dabei und direkt auch meinen Szenenpreis nominiert. Es ist eine große Ehre, mit Daphne, Rajé, Riona Famous und all den anderen Großanwaltern zu nominiert zu sein. Und wenn ihr meint, ich bin eure Drag Queen des Jahres, ich bin auch 2010, stimmt bitte für mich. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und ihr werdet jede Menge Spaß haben und dann, das kann ich euch jetzt schon sagen. Ich kenne es auch, tschau! Bis bald!